Willkommen bei der neuen Folge von Final Fantasy Crisis Core. Kann ich schneller hin? Ja, kann ich. Okay. Oh. Äh, Frau Gegner fliehen. Du kannst aus einem Kampf fliehen, indem du eine bestimmte Zeit lang auf die Grenze der Kampfskippis zuläufst. Ja, aber das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir wollen ja stärker werden. The trees bear fruit at random times during the year. Because of that, the townspeople affectionately call them Dumb Apples. The local farms had plenty of them to spare. Oh, really? So you stole them? We were poor, Zack. Nice excuse. But even then, I had my honor. The largest banorah white tree grew on a wealthy man's estate. It was rumored that those apples tasted the best. But I never stole from that tree. Because the wealthy man's son was my friend. If he was a friend, you should have just asked for some. Honor can be quite a burden at times. And what exactly does this have to do with me? No story is not worth hearing. What? That's it? Yeah, well, thanks a lot. Ich glaube, wir hätten ihn gerade verarscht. Habe ich das Gefühl. Ah, da vorne ist ein Speicherpunkt. Mission starten. Habe keine. Aber ich kann auf mein Handy gucken, glaube ich, oder? Oh, ich habe eine Karte. Mails war doch RB. Zur Verantwortung seines Soldaten. Liebe Soldatenmitglieder, ich danke euch für eure tägliche Mühe. Sicher ist es euch nicht entgangen, dass wir eurer Kameradenschinder in den Rücken gekehrt haben. Einige Funktionäre innerhalb der Firma zweifeln aus diesem Grund bereits an der Einsatzfähigkeit von Soldaten. Doch die gegenwärtige Situation bietet uns die Chance, unsere Wehrt als kleine Elite-Truppe unserer Beweis zu stellen. Ich hoffe, wir können diesen Krieg in Wutern mit der Mission ein Ende bereiten. Gebt euer Bestes und zeigt ihr Fieber, wie unentbehrlich Soldaten sind. Ich glaube, das Spiel besteht 80% aus Filmsequenzen. Ich setze die Bombe in der Fortress. Du schaffst die Front Gate, und... Aha. Und? Und, und, und? Indulge dich. Du hast es. Das ist das, was ich best mache. Komm schon, B-Unit. Ich habe nie gesehen, dass du das benutzt hast. Du denkst, dass es ein Verständnis ist? Ich hoffe, da ist Sekt noch jungen als im siebten Teil. Also jünger auf jeden Fall als im siebten Teil. Okay. Okay. Äh, intensive Emotionen haben die DB verstärkt. Im Laufe der Steine lernt sehr Charakterikern, die stärkere Gefühle in ihm wirken können. Dies hat einen Effekt auf die B-D-W. Die intensive Emotion, äh, eine intensive Emotion erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Weizenbilder das damit verbundene Charakter in den Elimitus-Zustand übergehen. Okay. Tö. Zielverfassung und Ziel wechseln. Okay. Why not to leave Fassel? Ah. Hey. Das war's für heute. Oh Gott. Okay, das ganze System ist echt komisch. Ich muss es schon zugeben. Oh, das ist komisch. Oh Gott. Oh Gott, ein Stück von Cake, ist er? Tempelantestung. Konflikt result. Okay, stimm die Festung. Gebe dich in die Festung und schalte sich die Butterkrieger aus. Oh ja, kann ja nicht so schwer sein, oder? Ich hab ja nicht wie bei... Äh, Schwäche ausnutzen. Nice. Was haben wir hier? Soma, was auch immer Soma sein soll. Ja, da komm ich nicht, ne? Einmal kannst du die kaputt machen, okay. Was ist das auch nicht? Okay... Activating Combat Mode. Ich habe es geschafft. Ah, er macht dann die verschiedenen Angriffen von den verschiedenen Personen. Ah, das war jetzt gerade die von dem Gio? Okay, wir müssen aber eben was kaufen. Ich finde das cool, dass ich einfach mitten im Ding, mitten in der Mission, irgendwelche Sachen kaufen kann. Ich weiß nicht, ob das so soll. Aber cool ist es trotzdem. Ich komme mir vor, als wäre ich eher in der Simulation, als wäre ich irgendwie im Real-Life draußen. Heiltrank. Na, das ist also klar. Oder vielleicht ist das auch einfach so, wie Zack sich das Camp System vorstellt und so wie Cloud Camp. Oh. 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 Oh, wow. Oh, er ist mir in der Nähe. So, es ist ein Container. gemacht, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall schon cool gemacht. Hey! Okay, mit mich nicht dieses Konfliktgelöst-Dinge die ganze Zeit. Also dass sie die ganze Zeit dazwischen quatscht. Apropos quatschen, warte mal. Was sind die Türen dazu? Ach, die lenken mich hier durch die Gegend, deswegen. Also muss ich jetzt da mal an. Neun! Was jetzt? Frontangriff. Huh? I hear a voice. For the glory of Luton, we hold the line here at all costs. Fort Tamblyn, we'll not fall to a lowly group of thugs like Soldier. The enemy could be lurking anywhere. Keep your eyes open. Soldier is a formidable foe. Still, to protect our homeland, we must stand against our enemies, no matter what. Even if it means our lives. In Wutai, retreat is never an option! What? Retreat! Against bad odds, retreat is the best strategy! Oh, cool, da hat er was in Ordnung. Oh, wir haben das DLC gar nicht... Ich hab das DLC gar nicht auf meinem Kanal. Fällt mir grad mal ein, wo du Yuffie spielst. Vielleicht wird das... Das DLC wird hier nachher kommen von Yuffie. Ich hab das voll vercheckt! Ähm... Wer ist die andere? Eris hab ich ja gar keinen, und Cloud. Oh, yeah! Oh, Angie, das macht uns... äh... Das beeindruckt! Wisst ihr, wonach das eher aussieht? Nach, ähm... Wie hieß der Typ in Final Fantasy VII nochmal? Ähm... Wie ist der denn? Ach, der eklige... Äh, Don Caneo! Genau, das sieht aus wie die Villa von Don Caneo. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ist das egal, wo ich langgehe? Es ist scheinbar egal. Oh, ach gut. Oh, gut. Oh, ja! Activating Combat Mode. Oh, ja! Ach, guck mal, hier sind mehrere Kissen. Komm schon! Ohrringe haben wir erhalten. Ah, okay. Ich hoffe, die machen das neue Final Fantasy Remake, der zweite Teil, genauso wie den ersten Teil, genauso wie den ersten Teil, also von der Steuerung und Kampfsystem und so. Wenn ihr den anders machen, ich glaube, das kommt nicht sehr gut an. Also bei mir wird das auf jeden Fall nicht so gut ankommen, wenn wir es noch mal ändern würden. Warten wir mal, warte mal, wir haben einen Ausschuss. Äh, O-Ring. Machen wir mal. Oh! Ah, guck mal. Ah, ich kann die sogar benutzen. Warte mal. Ich habe das Gefühl, wir brauchen das gleich. Zoma. Zoma. Leviathan. Jan. Wie. Oh Mann. Du hast noch mal versucht. Ich sehe. Ist das eine Chance. Gemeinde ist ja auch, wie ich sehe. Ja. Sind heute in Blatt. Du hast ja noch eine Reaktoren? Ich sehe. Dann würde das Menschen leben besser leben. Du bist. Diese bessere Leben, die du sprachst, kommt auf den grossen Kosten zu verlieren, unsere Lande. Schmerz und Schmerz, das ist was du bringst. Eine weitere Frage. Du hast Macht, also muss ich fragen, warum du es benutzt, um zu schmerzen? Ist es falsch, um die Glück durch Mako Energie zu schmerzen? Ist das was du schmerzen? Also ich kann Barrett verstehen. Oh. Erreiche sechs Erfahrungspunkte einen bestimmten Wert. Bleibt die BD-Maxi jetzt gleich stehen. Wenn das geschieht, steckt Zack eine Stufe auf und alle seine Parameter verbessern sich. Ja? 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 Segel ist es. Mission. Mails. Die Lage in Wutai. Sowohl von der Sicherheitsbehörde als auch von Soldaten sind berichtet zur aktuellen Lage des Konflikts in Wutai eingetragen. Von der zufriedlichen Belegung des Disputs um die Markenförderrechte in Wutai hat Kinder sich über lange Zeit in Verhandlungen bemüht. Doch jedes noch so gut gemeinte Angebote wurde von Wutai hartnäckig abgelehnt. Ja, wenn sie es doch ablehnen, dann lass doch einfach gut sein. Warum muss man denn immer mit Krampf weiße Sachen haben? Wenn die nicht wollen, dann wollen sie nicht, dann habt sie Pech gehabt. Wir sind uns daher gezwungen, wieder militärische Maßnahmen zu ergreifen, um endlich einen Durchbruch zu erzielen. Die kleine Spezialeinheit wurde entsandt, um das Ausweis der Operation minimal zu halten. Das verstehe ich nicht. Warum muss man immer seine Meinung aufzwingen? So, wenn Wutai keine Markoförderanlage will, dann wollen sie keine Markoförderanlage. Warum muss man denen dann eine zusprechen, wenn sie keine haben wollen? Das verstehe ich nicht. Warum muss man die Leute immer dazu zwingen? Wer nicht will, der hat schon. Was? Was? Wer ist eine Marion-Einheit vor mir? Ich werde die Leute gegriffen. Ich bin ein Wutai-Grenziator. Man muss sie verletzt werden. Was ist ein Wutai-Grenziator? Wer ist das? Von dem sind? Ist das nicht... Ist das nicht... Ach, wie heißt die Mutai-Jägera... Äh, Mutai-Jang, die Materiasammlerin... Äh, Yuffie! Das war Yuffie... Das ist Yuffie! Ja, wir machen danach... Machen wir das DLC von Remake 7... Dann sehen wir Yuffie, aber... Ähm, ist Yuffie ein bisschen größer und ein bisschen cooler? Das war Yuffie, wie suchst war das denn? Toto! Ist das jetzt so eine Kampfarena, wie bei... Äh... Wie bei Don Corneo? Das sieht ja fast danach aus! Ah! Oh! 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 Oh, ich hätte Feuerwehr warten sollen! Kann ich nicht! Scheißer Bauch! Ah! You must be the anti-Soldier-Monsters! Activating Combat Mode! Oh! Gegnerische Fähigkeit vereiteln! Vertituliert! Vereiteln! Einige Gegner setzen im Kampf besondere Fähigkeiten ein. Nach Aktivierung einer Fähigkeit dauert es etwa bis zum... täglichen Einsatz und es erscheint eine Fähigkeitsleiste. Du kannst die Effekte der Fähigkeit verringern, indem du den Gegner angreifst. Ah! Okay! Oh! Oh, das hier ist alles weg, ja! Oh! Wow! Oh! Aber warum heilt ich mich? Nummer eins ist down. Habe ich ihn oder muss ich ihn nochmal? Sehr gut. KP-Rust erhalten. Ich glaube eher das ist der. Sehr gut. Ja das war zuvor gefallen. Das war ein bisschen zu früh gefreut. Das war Angie. War doch klar. Wir haben zwei Stück besiegt. Oh sorry if your sword got any wear or tear or rust on it. You're a little more important than my sword. But just a little. Was kommt denn jetzt her? Ja. 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 Schuss feste erhalten. Zack. Zack. Let's go. Sephiroth is waiting. Oh Sephiroth. Sephiroth? The hero? Wow. I'm gonna be the hero. Ich wollte eigentlich gerade die aufwenden. Ich wollte eigentlich gerade die aufwenden. Machen wir das danach. Intensive Emotionen haben die BDW verstärkt. Wegen Sephiroth. Activating combat mode. Ich habe die BDW genie gesehen. Ich habe die BDW genie gesehen. Nachdenkliche. Ich habe die BDW genie gesehen. Zack, take the Director to safety Contact Sephiroth Zack can handle it Now go Follow me, Director Director Lazard Oh, thank goodness, you're safe Zack, I should be fine now Assist Angeal Yeah, I'm on it Ja, das nochmal helfen wir gleich in der nächsten Folge Angeal Bis dann Lasst's okay in the follow-up Ciao